Hallo zusammen, mein Name ist Lin. Ich komme von der Firma Lin Pop-Up. Ich arbeite hier seit zwei Jahren. Heute möchte ich euch den Prozess der Erstellung einer 3D-Lin Pop-Up-Karte vorstellen. Um eine Lin Pop-Up-Karte zu erstellen, braucht man folgende Teile. Kleber, Nadel und Faser, Stoffrolle, Schere, Maschinen, geschnittene Einzelteile. Wenn euch diese Karte gefällt, kommentiert bitte, gebt uns ein Like und abonniert unseren Kanal. Ich wünsche euch viel Spaß und danke fürs Zuschauen. Bis bald! 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 Bis zum nächsten Mal.